Übrigens, ich gehöre noch zu der Generation, die einen kaputten Fernseher mit einem Schlag auf das Gehäuse repariert hat. Und deshalb schlage ich instinktiv auch erstmal auf eine vermeintlich kaputte Fernbedienung ein, bevor ich die Batterien wechsle. Apropos Fernbedienung. Ich hätte da noch eine Frage. Wenn ich in einem Restaurant ganz hinten links sitze und der Kellner ganz vorne rechts steht, läuft diese Situation unter Fernbedienung? Egal. Unseren ersten Fernseher kauften meine Eltern in den 70er Jahren. Das Gehäuse war aus Holz, das Bild noch schwarz-weiß und es gab tatsächlich schon eine Fernbedienung. Richtig. Nämlich mich. Und ich erinnere mich heute noch an diesen krippelnden Moment, wenn ich als Kind noch 10 Minuten fernsehen durfte, aber schon 15 Minuten drüber war. Dann habe ich angefangen, leise und flach zu atmen und mich nicht mehr bewegt. Natürlich in der Hoffnung, dass meine Eltern vergessen, dass ich noch da bin. Und einmal habe ich es sogar geschafft, zwei Wochen lang unbemerkt vor der Kiste im Wohnzimmer zu sitzen, ohne dass mich meine Eltern im Familienurlaub vermisst hatten. Herrliche Zeiten waren das. Der richtige Name für Fernseher ist heute Gehirnverkleinerungsapparat. Kein Wunder. Haben Sie schon mal ernsthaft das TV-Programm angeschaut? Und Sie sind tatsächlich noch in Sorge, dass Cannabis dumm macht? Nein. Heute ist es sogar richtig schwer, dumm zu sein, weil die Konkurrenz so groß ist. Oder anders gefragt, wenn der Durchschnitts-IQ bei 40 liegt, gehört man mit 41 schon zu den Genies? Mensch, Mensch, Mensch. Was würde eigentlich geschehen, wenn wir einfach mal auf die Austaste unserer elektronischen Geräte drücken würden? Man würde sich nicht mehr aufregen müssen über all die Volldeppen hinter den Bildschirmen und ganz nebenbei auch noch dazu beitragen, Energie zu sparen. Kennen Sie die fünf Tipps, wie man Heizkosten spart? Erstens, Kälte ignorieren. Zweitens, Neoprenanzug tragen. Drittens, Winterschlaf halten. Viertens, Flasche Korn und Frühstück trinken. Und fünftens, auswandern nach Schweden. Am besten nach Wärmland. Und weil wir dann so richtig Energie sparen, müssen wir uns auch nicht mehr mit einem Waschlappen vor dem Blackout schützen. Und wir würden wieder viel positive Energie freisetzen und müssten keine idiotischen Sendungen wie Bauer sucht Germany's Next Topmodel mit der Frau des Bachelors im Dschungelcamp schauen oder so. Übrigens, warum verkuppelt man diesen Rosenkavallerist nicht schon nach einer Folge mit dieser Bach-Rosette? Auf einen Schlag würde man so viele Probleme lösen und richtig Energie sparen. Gut, die ARD und das ZDF werden durch Rundfunkgebühren finanziert und haben einen Bildungsauftrag. Nämlich das Bilden von zwei Zielgruppen. Rentner über 70 und Menschen mit einem IQ unter 100. Das Einzige, was ich aber am Fernsehen vermissen würde, ganz ehrlich, wären nicht nur die Kopfschmerzen, die man davon bekommt, sondern vor allem auch der Hinweis in der Werbung, welche Tabletten dagegen helfen. Nur so nebenher. Ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, dass bei Seniorenserien wie Der Landarzt für Mittel gegen Blasenschwäche geworben wird? Nein? Egal. Ich liebe Werbung. Bis auf die Werbung des Ordnungsamtes unter dem Scheibenwäscher meines Wagens. Aber zurück zu Lück. Herrliche Zeiten stünden uns bevor. Endlich keine Schreckens- und Horrormeldungen mehr. Und keine Dumpfbacke und Möchtegern-Promis, die uns täglich den Kopf schütteln lassen. Und wir hätten keine schmutzigen Bildschirme mehr. Vor einer Woche hatte ich echt viel Dreck auf dem Bildschirm meines Fernsehers. Also habe ich versucht, diese Schweinerei mit einem Lappen zu reinigen. Ich habe erst Minuten später bemerkt, dass ich RTL 2 schaute. Wie auch immer. Man stelle sich das mal vor. Wir machen uns frei von allen Medien, auch von den Medienhäusern und ihren Zeitungen. Denn wer Zeitung liest, wird uns portiert. Der weiß, was in der Welt geschieht. Falsch entgegne ich. Wer Zeitung liest, weiß, was in der Zeitung steht. Oder es mit den Worten von Mark Twain zu unterstreichen. Wer keine Zeitung liest, ist uninformiert. Wer Zeitung liest, ist falsch informiert. Das stimmt. Meine Frau meinte kürzlich zu ihrer Freundin. Also eine Zeitung hat auch was Gutes. Du siehst beim Frühstück den Kopf deines Mannes nicht. Ja. Ich habe neulich meine Tochter gefragt, ob sie mir die Zeitung aus dem Briefkasten geholt hätte. Sie meinte nur, Papa, du musst mit der Zeit gehen. Und reichte mir ihr iPad. Okay, dachte ich mir. Mit der Zeitung wäre es einfacher gewesen. Und schlug dann mit dem iPad die Fliege tot. In einer Ausgabe eines Revolverblattes stand kürzlich, dass 35% aller Ehefrauen fremdgehen. Ich dachte mir, was soll ich mit diesen unnützten Informationen? Ich brauche Namen, Adressen, Bilder und Telefonnummern. Whatever. Lasst uns einmal mutig auf Fernsehen, die sozialen Medien und auf alle Zeitungen verzichten. Einfach auf den Ausknopf drücken. Alles abbestellen. Und wrrr, zack. Gut ist. Eine großartige Idee, oder nicht? Schluss mit Mitteilungen wie Dezember 2021. Bürger dürfen ihren Wohnort nicht weiter als 15 Kilometer verlassen. Ein Jahr später, Dezember 2022. Bürger können es sich nicht leisten, mehr als 15 Kilometer von zu Hause wegzufahren. Ja, die ganze Gesellschaft könnte wieder mal durchatmen. Keine Bad und keine Fake News mehr. Nichts, was uns weiterhin verzweifeln, belasten oder traurig stimmen würde. Unser Horizont wäre wieder genauso eingeschränkt und begrenzt wie der eines Menschen aus dem Mittelalter. Eine scheinbare Trennungslinie zwischen Erdoberfläche und Himmel oder in Reichweite unseres Lebensraums. Der Begrenzung des Waldes und der Berge. Hui, ich fühle mich gerade so poetisch. Plötzlich wären wieder andere Werte gefragt. Nicht, was hast du in den Nachrichten gelesen, gesehen oder gehört. Nein, die Menschen würden bestimmt wieder anfangen zu reden, sich Geschichten erzählen und Erfahrungen austauschen. Und vielleicht würde man sich gegenseitig auch wieder unterstützen, weil es eben ohne den Nachbarn nicht geht. Was für eine großartige Vorstellung. Sechs Monate ohne Medien, ohne Fernsehen, ohne Zeitungen, ohne die ganzen Angstmacher. Und, wie schon erwähnt, wir würden richtig viel Energie sparen. Ich habe neulich einen Mitarbeiter von der MIGO gefragt, wo ich den Grillanzünder finde. Er meinte lapidar, der Blick und die Bild liegen da drüben bei den anderen Zeitungen. Ja, die Welt würde wieder bunt und besser. Bis vielleicht auf Deutschland. Ich behaupte immer, wer in der Welt lachen will, schaut nach Deutschland. Wer nichts zu lachen hat, wohnt in Deutschland. Tja, und noch zum Schluss. Dreh mal den Herd, heisst rückwärts übrigens auch. Dreh mal den Herd. Aufschreiben, nachdenken und ausprobieren. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann können Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren. Toll, was? Also, bis zum nächsten Sonntag, wenn es wieder heisst. Übrigens, mich zu begreifen ist, wie Wackelpudding an die Wand nageln. Es ist aussichtslos. Bis zum nächsten Sonntag. Bis zum nächsten Sonntag. Bis zum nächsten Sonntag.